Ja, hallo lieben, ich bin Christian Schneider, Partner, Beziehungscoach, weiter in meiner Reihe mit Special-Themen, hab grad nicht so viel, beziehungsweise die Mail steht ja, ach egal, schreibt mir gerne wieder eure Fragen über ein Formular auf liebeschiff.de, schaut mal in mein nices Buch rein, es ist immer so schwer darüber was zu sagen, weil das so ein Rundumschlag ist, aber guckt einfach mal rein in eurer Buchhandlung eures Vertrauens, ansonsten findest du meine Arbeit auf liebeschiff.de. Ja, heute wollte ich mal über das Thema was sagen, was wahrscheinlich den einen oder anderen antriggert, aber ich will niemanden antriggern, aber trotzdem mal ein paar Gedanken dazu sagen, weil mir ist auch sehr aufgefallen, das ist schon länger, und zwar über das Thema ich bin intelligent, ich bin hochintelligent, ich bin hochsensibel, ich bin empath, ich bin hochempathisch und solche Sachen, was ja alles, also alle drei Sachen, die jetzt aufgezählt sind natürlich totale Gaben und das ist wunderbar und die Welt braucht offensichtlich, sag ich mal, also ich nehme jetzt diese drei einfach mal raus, man könnte wahrscheinlich noch weitere Begriffe finden, braucht sicherlich Sensibilität, Empathie, Intelligenz, mir ist aber persönlich aufgefallen, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es auch so kennt, dass Menschen, die ungefragt, sag ich mal, und ohne auch, dass das Thema jetzt gerade da ist, die ungefragt, sagen, ich bin so ein unglaublicher Empath oder ich bin so unglaublich intelligent oder ich bin so unglaublich hochsensibel, häufig ein bisschen schwierig rüberkommen oder ein bisschen im Ego rüberkommen, sag ich mal, ich will jetzt mal gar nicht sagen, was, ja, was, nachher egal, lass mal, lass mal, also, ja, also, wie gesagt, das sind alles positive Sachen, aber man fragt sich schon, wieso kommt das so komisch rüber, ich sag mal ein Beispiel, als mal so eine bekannte Fernsehmoderatorin, das ist schon lange her, da hat die mal irgendwie so einen Grimme-Preis oder irgendwie sowas bekommen und sie hat dann gesagt, sie würde ihren Eltern danken, dass sie so einen wundervollen, empathischen Menschen aus ihr gemacht haben, was erstmal so harmlos rüberkommt, aber ich habe gleich so ein Sperrgefühl gekriegt, dachte ich mir, wieso habe ich jetzt ein Sperrgefühl und dann, ja, klar, weil das so selbstbeweihräuchernd im Ego rüberkommt und dann schon wieder irgendwie eine schwierige Aussage ist. Man könnte natürlich auch sagen, das ist ja selbstbewusst, ja, kann man so und so sehen, also, das finde ich halt schwierig und dann, was ich, das hat ja gerade einen irrsinnigen Trend, das ist auch, geht es auch ein bisschen in meinem Buch darum, ja, diese ganzen Sondergruppen, die es gerade gibt und Cancel Culture und diese ganzen Sachen, geht aber auch ganz viel um Beziehung und Liebe, aber wie gesagt, gibt es immer mal wieder so kleine Ausflüge, um das Ganze mal ein bisschen abzurunden, so wie ich denke, wieso haben wir diese toxischen Beziehungen und all das, also es gibt viele diese Sondergruppen, die dann auch so eine Sonder, also die sich als Opfer sehen, das ist ja auch so, sehen sich auch nicht nur Koop hin als Opfer, Narzissen sehen sich auch als Opfer, alle sehen sich als Opfer, das ist eine Sache, die ich immer persönlich wirklich schwierig finde und deswegen geht es ja auch in dem Buch raus und das Thema raus aus Täter-Opfer-Beziehung nochmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, weil ich diese, denke, dass es so Meilensteine gibt Richtung 5D-Beziehungen, also hochwertigen 5D-Beziehungen, wo eben auch dieses Ablegen dieses Opferstatuses zugehört und ich meine jetzt so diesen Alltagsopferstatus, ich meine jetzt nicht, wenn jemand wirklich schlimme Sachen erlebt hat und ich weiß nicht was, aber zurück zu diesen drei Begriffen, was ich eben auch sehr oft erlebe, ist, dass Menschen diesen Begriff benutzen, ich bin hochintelligent, sensibel, was weiß ich, und das aber gleichzeitig in so einem Zusammenhang sagen, als wenn es eine Behinderung wäre und das finde ich echt super schräg oder nicht eine Behinderung unbedingt, in einem Kontext sagen, ich brauche eine Sonderbehandlung, also ich bin hochsensibel und deswegen brauche ich jetzt diese und jene Sonderbehandlung oder auch Eltern sagen über ihr Kind, ich habe ja früher auch ganz viel Intelligenz erst gemacht, sagen über ihr Kind, das ist total schwierig in der Schule und sagen dann, das ist bestimmt hochintelligent, braucht eine Sonderbehandlung und das finde ich persönlich so ein bisschen Neusprech, sage ich mal, weil das habe ich schon damals bei diesen Intelligenz-Tests immer gedacht, wenn jemand wirklich hochintelligent ist, dann sollte man doch meinen, dass der in der Schule besser klarkommt als andere. Ansonsten ist für meinen Begriff, für mein Gefühl, der Begriff Intelligenz wäre falsch definiert, beziehungsweise wird irgendwie soziale Intelligenz fehlen so und sicherlich ist Intelligenz manchmal in den Intelligenz-Tests auch, ist ja immer ein Konstrukt so, aber für meinen Gesprachgebrauch würde ich denken, wenn jemand wirklich hochintelligent ist, dann kommt der mit in vielen Punkten besser klar als andere und nicht schlechter, dann sollte er auch so intelligent sein, eine Schule oder auch eine Universität oder was so zu bespielen, dass er da optimal rauskommt und nicht noch eine Extrabehandlung braucht sozusagen oder man muss es irgendwie anders nennen und das Gleiche finde ich auch bei, ja, wenn Menschen sagen, ich bin so empathisch, ja, ich brauche so einen speziellen Schutz, weil aufgrund meiner Empathie komme ich immer wieder an Narzissten, das ist falsch, also man kommt an Narzissten, weil man einfach die falschen Leute daten und sicherlich, da rede ich auch immer wieder davon, gibt es Anziehungspunkte zwischen Empathie und Narzissmus, das Universum füllt halt immer diese Lücken auf und gibt uns so das Gegenteil, aber ich kann jetzt nicht sagen, es hat mit mir gar nichts zu tun, ich bin einfach nur immer der liebe Empath, während ich in Wirklichkeit vielleicht ein ausgewachsenes fucking Helfer-Syndrom habe und deswegen einfach immer wieder an Leuten kleben bleibe, die ich retten will, die gar nicht gerettet werden wollen und mir geht es total schlecht und das ist irgendwie nicht, dass ich irgendwie eine Sonderbehandlung brauche, sondern dass ich persönlich, weil ich es nicht besser weiß, weil ich unbewusst bin, die falschen Leute date so, ne? Und hochsensibel, das gibt es natürlich alles, genauso wie es hochintelligent und hoch empathisch, gibt es natürlich keine Frage, da habe ich das auch oft erlebt, dass Menschen sagen, sie sind hochsensibel, also zum Beispiel sitzt du da mit einer Gruppe vielleicht irgendwie und irgendwas passiert in dieser Gruppe oder keine Ahnung, alle wollen mal, dass das Fenster aufgemacht wird, mir fällt das gerade nicht so ein ideales Beispiel ein, aber irgendwas passiert, was eigentlich ganz normal ist und dann sagt vielleicht irgendjemand, nee, das will ich jetzt nicht, ich bin hochsensibel, das darf jetzt hier nicht passieren, so, ne? Und das auch nicht nett sagt, sondern auf eine sehr aggressive Weise vielleicht das so einfordert und damit auch versucht eigentlich, selbst wenn es nicht bewusst ist, die ganze Gruppe zu dominieren und aus diesem Sonderstatus irgendwas rauszuziehen und über all diese Sachen geht es total viel in meinem Buch, dass dieses Ego dahinter wirkt, was man häufig selber gar nicht merkt und dann bekommt man aber, wenn man aus dem Ego handelt, bekommt man eben Ego geliefert wieder, ne? Und bekommt nicht das raus, was man vielleicht wirklich gerne möchte, sondern wundert sich dann, dass vielleicht eine Gruppe gegen einen ist oder dass Leute abgefuckt sind von einem und denkt sich und sieht sich ja noch mehr als Opfer und sieht gar nicht auch sein eigenes Ego am Werk, ne? Wie gesagt, das betrifft bestimmt jetzt nicht alle und das sind wunderbare Eigenschaften. Man sollte sich halt nur überlegen, was mache ich damit jetzt, ne? Mache ich nämlich damit jetzt, also gebe ich mir selber tolle Labels, was schon an sich häufig ein Ego-Thema ist und versuche dann aber trotzdem noch hintenrum daraus irgendwie ein Thema zu machen, und ich habe eine Sonderbehandlung verdient, das ist echt schräg und dann wird es auch echt schräg und dann hat es auch wirklich ganz viel so 3D-Energien, wo ich einfach versuche, irgendwelche Interessen durchzusetzen, so, ne? Und nicht der Wahrheit auch unter Umständen nicht ins Auge blicken will, dass ich einfach ganz konkrete Themen habe, die ich vielleicht besser adressieren sollte, ne? Gut bei Hochsensibilität weiß man auch, dass es eben Menschen gibt, die, ja, die sind vielleicht wirklich, haben eine niedrige Reitschwelle und das ist eben auch entsteht, ja, nach schwierigen Lebenserfahrungen, dass man so eine Hyperalertnis hat, aber dann sollte man sich vielleicht diese Hyperalertnis angucken und nicht aus dieser, das ist halt immer dieser kurze Weg, dass ich so eine Schwäche habe oder eine Verletzung habe und dann kommt das Ego rein und das Ego oder auch solche Wächteranteile, könnte man auch sagen, und dieses Ego möchte uns schützen, aber durch dieses Schützen sind wir schon wieder auf der anderen Seite der Täter-Auferspirale, ne? Und das ist so wichtig zu verstehen, das ist vielleicht jetzt nicht so ein einfaches Thema, wie alle Männer sind Narzissen, alle Frauen sind Borderliner oder alle Frauen sind Schlampen oder was Red Pill da immer sagt oder die meisten Frauen oder das ist jetzt ein bisschen deep und schwierig zu verstehen, wo es wirklich darum geht, wo nutze ich irgendwelche Labels und Kategorisierungen, um letztlich ein Ego-Thema durchzusetzen und, ja, also, was weiß ich, genauso wie jemand, was weiß ich, glaube, meine Oma, die wurde mir zumindest berichtet, die lebt ja auch schon ewig nicht mehr, die hat sich immer so durchgesetzt mit so Fake-Herzanfällen, das ist eigentlich das Gleiche, ne? Früher hat man es, glaube ich, auch noch viel mehr gemacht. Wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, dann ist sie eben, hat sie gesagt so, ah, ich habe einen Herzanfall und es geht nicht darum, dass sie einen Herzanfall hatte, hatte sie auch nie, sondern dass sie sich einfach fucking durchsetzen wollte in diesem Moment, ne? Das ist vielleicht auch menschlich, aber ist dann eben auch sehr machtvoll aus dem Ego oder so, ne? Und, ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Das war wieder sehr aus der Hüfte geschossen hier, merke ich halt, aber vielleicht versteht ihr trotzdem, was ich meine. Also, das ist eine Sache, die mich immer total antriggert. Und so diese ganze, ja, letztlich diese Cancel-Culture und diese Vogue-Bewegung, wo eigentlich jeder immer ein Opfer sein möchte, wo ich immer denken will, warum will man immer ein Opfer sein partout, ne? Ich meine, klar, wie gesagt, manche Menschen haben wirklich schlimme Sachen erlebt und alles, ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber uns hier in Deutschland geht es ja so in der Masse und wirklich gut und warum will immer jeder zu irgendeiner Opfergruppe gehören? Warum will man nicht ein kräftiger, gestaltvoller Schöpfer sein und sich von diesen Themen einfach fernhalten, ne? So natürlich aus dem Täter auch fernhalten, überhaupt keine Frage. Das verstehe ich manchmal nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das mal in Liebe loslassen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Das ist so wichtig, dass wir das mal in Liebe loslassen.